Der Transfer von Kyle Walker zum FC Bayern wird immer konkreter. Die Verhandlungen mit Manchester City laufen aktuell. Plus für die Münchner ist dabei, dass Trainer Tuchel den Rechtsverteidiger wohl schon von einem Wechsel an die Säbener Straße überzeugen konnte. Eine Einigung stehe zwar noch aus, alle involvierten Parteien seien aber zuversichtlich, einen Deal finalisieren zu können. Das soweit der aktuelle Stand, was einen möglichen Transfer von Kyle Walker zum FC Bayern München betrifft. In diesem Video möchte ich mich einfach mal mit dem möglichen Transfer beschäftigen und euch zeigen, warum die Bayern ihn meiner Meinung nach eher nicht verpflichten sollten. Wenn gleich es dennoch ein paar Argumente gibt, die definitiv dafür sprechen und mit denen möchte ich auch zunächst anfangen und dann halt eben danach mit den Kontra-Argumenten weitermachen. Wenn man sich zunächst einmal so ein bisschen umhört, dann heißt es, dass er City wohl verlassen möchte. Möglicherweise halt eben auch nochmal gerne ins Ausland, wo er noch nie gespielt hat. Ein Grund dafür ist eben seine Spielzeit, denn so hat er zwar diese Saison ordentlich Spiele gemacht, aber halt vor allem in der Premier League. Und wenn es halt eben in der Champions League drauf ankam und alle anderen Innenverteidiger im Dreieraufbau von City fit waren mit Diash, Akanji und Ake, dann war halt eben Walker nur die erste Einwechseloption und halt eben keiner für die Startelf. Und deshalb möchte er glaube ich gerne nochmal wechseln, wo er absoluter Stammspieler ist und auch gesetzt ist. Kyle Walker ist natürlich extrem erfahren, spielt jedes Jahr in der Premier League, in der besten Liga, als halt eben auch international immer in der Champions League. Und er hat halt eben auch mit der Nationalmannschaft, wo er eigentlich auch immer Stammspieler ist, die nötige Erfahrung bei allen möglichen Turnieren gesammelt. Positionstechnisch gesehen ist er extrem flexibel. Er kann Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen oder halt eben in der Fünfer- bzw. Dreierkette sowohl den rechten Innenverteidiger als auch den rechten Schienenspieler. Im Positional Play kann er solide den dritten Innenverteidiger im Dreieraufbau geben, als aber auch solide die Breite besetzen. Dennoch wäre, denke ich, für ihn am geeignetsten bzw. da wäre er am besten in einem Viereraufbau mit recht tiefen Außenverteidigern, die jetzt nicht extrem hoch schieben. Und genau das kann ich mir auch bei Bayern unter Tuchel vorstellen, wenngleich man natürlich absolut keine Ahnung hat, wie er nächste Saison spielen wird. Generell ist er noch auf Top-Niveau, hat gerade in einem Champions-League-Finale gespielt und es gewonnen. Klar, auch da wurde er nur eingewechselt, aber im Halbfinale, wo eben Ake noch verletzt war, ist er eben reingerückt und hat es dennoch auf extrem hohem Niveau gespielt und halt eben auch Vinicius Junior kaum zur Geltung kommen lassen. Bei Bayern könnte er sowohl den wechselwilligen Pavard ersetzen, als auch eventuell einen Masraoui, der ja auch so ein bisschen unzufrieden zu sein scheint. Wie im Eingang erwähnt, hat er sich eben bereits von Tuchel von einem Wechsel überzeugen lassen, also er möchte wohl auch den Wechsel und das Ganze spricht natürlich auch für den Wechsel, wenn er dann dementsprechend motiviert sein sollte, für den FC Bayern aufzulaufen. Des Weiteren ist der sehr Kopfballstärk für einen Außenverteidiger, bringt halt eben auch eine enorm gute Physis mit und hat halt damit auch statistisch gesehen dann eine gute Kopfballstärke. Schauen wir uns seinen FB-Ref-Bericht an, dann sieht man, dass er auf jeden Fall ein sehr gutes Passspiel hat, ist natürlich typisch für einen Pep-Spieler und jemanden, der halt in einer Pep-Mannschaft spielt, die halt eben auch viel Ballbesitz hat. Aber man sieht halt eben auch, er bringt sowohl die sicheren Bälle an, beziehungsweise hat er gute Statistiken, als auch in den progressiven Pässen, also er kann sowohl das Spiel nach vorne treiben mit seinem Passspiel, als halt eben auch Kontrolle ausüben und den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen. Trotz seiner hier gezeigten FB-Ref-Stats ist er tatsächlich sehr defensiv stark. Warum das Ganze hier so schlecht ist, liegt halt eben an der Spielweise von City, weil die eben kaum verteidigen und er somit wenig Zweikämpfe führen muss. Aber wenn er sie führt, ist er halt eben stark gegen den Ball, also da muss man halt immer auch so ein bisschen die Spielweise der Mannschaft in Relation setzen. Des Weiteren ist seine Athletik aktuell sehr gut, denn er lebt quasi in seinem Spiel von seiner Physis und der Intensität, die er eben mitbringt. Der Punkt spricht aktuell noch für ihn, allerdings ist diese Abhängigkeit von seiner Physis und seiner Spielweise auch ein Punkt, der definitiv gegen einen Transfer spricht und damit kommen wir dann eben zu den Kontra-Argumenten. Und das erste wäre, wie eben angesprochen, sein Alter von 33 Jahren in Verbindung mit seiner Körperlichkeit. Er ist enorm auf sein Tempo angewiesen und wird sein Spiel eben auch nicht so einfach umstellen können, nachdem er jetzt 15 Jahre sich nur darauf verlassen hat, zumindest auf Profi-Niveau 15 Jahre. Walker kommt als Rechtsverteidiger eben über seine Physis, vor allem seine Geschwindigkeit und die wird halt über kurz oder lang nachlassen in dem Alter. Klar, aktuell ist dies noch nicht der Fall und er ist schon noch auf Weltklasse-Niveau unterwegs und kann dies vielleicht auch noch ein bis zwei Jahre halten. Allerdings könnte es halt auch morgen schon vorbei sein, was halt insgesamt dann einen großen Gamble darstellt und ein großes Risiko wäre, da er natürlich auch etwas kosten würde. Denn finanziell gesehen würde die Ablöse sich laut den meisten Quellen wohl so oft ca. 20 bis 30 Millionen Euro belaufen, laut anderen sogar für unter 10 Millionen, was ich aber für komplett unrealistisch halte, ehrlich gesagt. Und selbst dann, wenn er so billig wäre, müsste man halt eben noch sein Gehalt zahlen, das aktuell 8,32 Millionen Euro jährlich sind. Damit wäre er bei Bayern, wenn es so bleiben sollte, aber ich denke eher an ein Gehalt über 10 Millionen. Zwar nicht der absolute Top-Verdiener, aber es wäre eben seiner aktuellen Form entsprechend. Bricht er aber ein und hat einen 2- oder sogar 3-Jahres-Vertrag unterzeichnet, dann zahlt man halt eben trotz dessen weiterhin ein Gehalt für einen Weltklasse-Spieler, selbst wenn er das Niveau nicht mehr hat, was aufgrund seiner Abhängigkeit von seiner Physis doch sehr wahrscheinlich ist in den kommenden Jahren. Außerdem hat er natürlich keinen Wiederverkaufswert, wenn er nach dem Vertrag, sei es jetzt 2 oder 3 Jahre, dann ist er eben 35 oder gar 36 Jahre alt. Da wird man ihn nicht weiterverkaufen können für irgendeinen rentablen Preis. Des Weiteren ist er schon so ein bisschen verletzungsanfälliger geworden. Die gerade vergangene Saison hat er 11 Spiele verpasst aufgrund einer Leistenverletzung, weshalb er auch schon 2014 und 2018 für ein paar Spiele pausieren musste und auch 2014 schon an der Leiste operiert wurde. Wenn wir nochmal auf das Spielerische zurückkommen, wäre er laut den Pro-Argumenten schon eine Direkthilfe für die Bayern, dennoch muss man auch Schwächen erwähnen und das ist ganz klar sein Offensiv-Output. Seine Stärken liegen klar in der Defensive und wie man halt eben hier auch an seinem Bericht sieht, ist er offensiv extrem schwach und hat er eigentlich keinen Beitrag, weder mit Toren noch mit Vorlagen. Ich sehe auch ehrlich gesagt keinen unbedingten Bedarf bei den Bayern, auch wenn Pavard vielleicht geht, so hat man immer noch Masraoui, Stanisic und auch einen Leimer, der zur Not durchaus Rechtsverteidiger spielen kann. Und ich denke, das wäre einfach rausgeschmissenes Geld, weil man eben das Geld an anderen Stellen viel eher braucht. Wenn man da eben mal auf die 6 oder die 9 schaut, braucht man da viel dringender eine Verstärkung meiner Ansicht nach. Zuletzt noch ist es aktuell so, dass viele jetzt meinen, oh ja, das ist ein ähnlicher Transfer wie damals der von Xabi Alonso, der auch in einem sehr ähnlichen Alter zu den Bayern kam und ein extrem starker Transfer war, da er eben die Mannschaft stabilisiert hat. Mich erinnert es aber viel eher an den Transfer von Sadio Mane, nicht weil der noch nicht so lange her ist, sondern neben dem Fakt, dass ich glaube, dass beides keine guten Transfers sind, war es bei Mane eben genau die gleiche Situation, als er kam. Er hatte gerade ein Champions-League-Finale gespielt und man dachte, okay, der ist auf einem Weltklasse-Niveau, guter Transfer. Allerdings hat ihn eben das gleiche Schicksal, was ich auch Kyle Walker hier prophezeie, ereilt. Und da er so stark von seinem Tempo abhängig war in seinem Spiel, ist er spätestens zur Rückrunde und auch wegen Verletzungen letztendlich eingebrochen. Zudem hat man Mane ebenso geholt, weil er halt ein Star aus der Premier League war, aber weder geschaut, wie alt er ist und ob überhaupt ein Bedarf auf der Position besteht. Deshalb wundert es mich ein bisschen, dass die Bayern genauso weitermachen, obwohl Braco gar nicht mehr im Amt ist und weiterhin nach Ü30-Spielern schauen, anstatt eben jüngere Spieler mit Potenzial und Wiederverkaufswert zu kaufen. So scheint es halt schon so ein bisschen, als würde man nach den gleichen Spielern wie die Klubs aus der Saudi-Pro-League, aus Saudi-Arabien Ausschau halten, anstatt nach den Spielern, die die Top-Klubs aus Spanien oder England aktuell kaufen. Das war meine Einschätzung zu Kyle Walker zum FC Bayern und klar, er wäre meiner Meinung nach schon eine Sofortverstärkung, könnte sie extrem stabilisieren defensiv, egal in welchem System. Dennoch glaube ich, dass es andere Baustellen gibt, die halt eben viel wichtiger sind und auch finanziell gesehen wäre es natürlich eine Verstärkung aktuell, aber auf Dauer gesehen halt eine extreme Misswirtschaft, wo man in der Zukunft auch das Geld nicht wieder reinbekommen wird. Jetzt würde mich zum Abschluss noch einmal interessieren, auf welcher Seite ihr steht. Haben euch die Pro-Argumente mehr überzeugt oder die Argumente, die dagegen sprechen, auf deren Seite ich eben auch eher stehe? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!